Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2, meine Agents. Heute mit einem Video zu den 40 versteckten Teddys im Raid. Ich bedanke mich gleich vorweg an meiner ganzen Gilde, beziehungsweise an meinen Clan, alle die mitgeholfen haben, hier dieses Video zu machen. Und ich habe das Video jetzt so, dass ich hier nicht viel rumquatsche mehr im Video. Ich werde euch rechts oben immer einblenden, wo ihr diesen Teddy findet. Und links unten, welche Nummer es ist. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich würde mich um Kommentare, Likes und natürlich auch ein Abo freuen. Und somit guckt euch das Video an. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Solche Werte habe ich noch nie gesehen. Das kommt vom Terminal. Gehen Sie da rein und machen Sie die Quelle ausfindig. Gehen Sie das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.